Auf der Nordbau 2013 präsentiert Global Player Liebherr seinen Schnelleinsatzkran 26K.1. Dieser Kran vereint die Vorteile eines hydraulisch klappbaren Auslegers mit denen eines teleskopierbaren Gitterturms mit unterschiedlichen Hakenhöhen. Als Feature bietet der 26K.1 die innovative 40-Grad-Ausleger-Supersteilstellung mit 37 Metern Hakenhöhe. Der 26K.1 ist unser kleinster K-Kran. Er rundet die Baureihe nach unten ab. Die Baureihe K reicht nun von 26 Meter bis 50 Meter Ausladung. Am Markt sind in dieser Krangröße eigentlich nur noch Hydraulik-Faltkrane verfügbar. Diese decken wir mit unserer H-Baukran-Reihe ab. Der K-Kran als solcher hat den enormen Vorteil, dass mehrere Hakenhöhen zur Verfügung stehen. So beim 26K.1, 14 Meter und 23 Meter. Dies ermöglicht den Bauunternehmer beim Einsatz in einem Neubaugebiet mit mehreren anderen Kranen ein Über- oder Unterschwenken der Kollegenkrane. Das kann ein Faltkran nicht und das war einer der Gründe, warum wir in klassischer Gitterbauweise den 26K.1 in den Markt brachten. Bei der Entwicklung des 26K.1 musste man auf mehrere Aspekte Wert legen. Wir wollten zum einen dem Bauunternehmer einen kleinen und sehr flexiblen Kran geben, weil dieser am Markt nicht vorhanden war. Zum anderen legten wir großen Wert auf Energieeffizienz, weil auch die Stromrechnung bei einer heutigen Baustelle für den Bauunternehmer eine beste Größe ist. Der 26K.1 hat 2 Meter Schwenkradius und 3,8 Meter Stützweide und kann somit auch in beengen Platzverhältnissen perfekt eingesetzt werden. Beispiellos sind auch seine kompakten Transportmaße. Je nach Rüstzustand ist der Kran lediglich 15 Meter Anhängemaß lang. Wir denken, dass wir mit dem 26K.1 im Moment den flexibelsten Kran in dieser Größe am Markt haben. Bauforum 24 TV Construction in Motion Werbung 15 August Wohlfug Wohlfug M Shah